Hallöchen, da bin ich wieder. Ich mache heute mal wieder ein Video für euch. Auto. Ein nicht ganz so wunderschöner Herbsttag, wie es gerade vor zehn Minuten noch war. Da war es noch sonnig, jetzt nicht mehr. Aber ich habe mich wieder aus Dickeres angezogen und habe dann für schöne Schuhe für euch. Und ich würde sagen, deshalb gehen wir damit jetzt auch mal einen Rundchen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020